Ich bin nicht so geeignet für solche Sachen. Ich bin sehr geeignet, weil du hast eigentlich fast die schönsten Fühler, die man sich braucht. Wie sehen die denn aus? Die sehen ganz toll, das sind viele kleine Märchen. Die können unglaublich tolle Sachen machen. Wie lange hast du die denn schon? Ja, ich hab gerade bekommen. Ja, gerade, du hast bekommen von mir, bei der Transmedia. Ja, von Ihnen. Ach, von mir. Ja. Und was können die nochmal, dann? Jetzt mal schütteln. Das schütteln wir, was Probleme gibt, was bei noch nicht. Ah, sehr spannend. Okay, vielen Dank.